Es wird das Schicksal des Krieges entscheiden. Er gab Putins Plan zu. Durch die Beschlagnahme der Autobahn zwischen der Krim und dem Donbass will Russland die Häfen im Kaukasus und nördlich des Schwarzen Meeres verbinden. Putins Lokalmanager hat das Ziel klar formuliert. Der BBC-Sicherheitskorrespondent Frank Gartner stuft den Korridor auch an der Spitze der strategischen Bedeutung von Mariupol ein. Wenn die Russen glauben, diesen Krieg erfolgreich beendet zu haben, werden sie eine Landbrücke von Russland zur Krim fertiggestellt haben, sagt der britische General General Bernds. Russlands Versuch, in die Ukraine einzudringen, wurde in Mariupol verknotet. Aufgrund ihrer strategischen Lage war die Hafenstadt an der Küste des Asowschen Meeres Ziel ständiger Angriffe der russischen Streitkräfte. Seit Wochen wird die Stadt fast wahllos bombardiert. Ein am Montag veröffentlichter Bericht von Human Rights Watch beschrieb die Stadt als eine eiskalte Hölle voller Leichen und zerstörter Gebäude. Neu veröffentlichte Satellitenbilder zeigten, dass aus der Stadt, in der es fast keine unbeschädigten Gebäude gab, ständig Rauch in den Himmel aufstieg. Russland forderte die ukrainischen Streitkräfte in Mariupol, wo seit letzter Woche 100.000 Zivilisten gefangen sind, auf, ihre Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Aber Kiew lehnte diese Bitte erwartungsgemäß ab. Ein russischer Beamter hat offen Pläne geäußert, die Halbinsel Krim mit der südöstlichen Donbass-Region, Donetsk und Lugansk, zu verbinden, sobald Mariupol, die Kontrolle übernimmt. Kirill Stepanov ist Berater des südlichen Föderationskreises Russlands, zu dem auch die Krim gehört, die Russland 2014 annektiert hat. Die Kontrolle über die Autobahn von der Krim nach Mariupol wird die Halbinsel mit einem sicheren Transportkorridor mit dem Donbass verbinden, sagte der Beamte den russischen Medien Ria Novosti. Stepanov merkt an, dass dieser Korridor und die Gebiete, die die Halbinsel Krim mit dem Festland verbinden, eine Übergangszone bilden werden. Nach Angaben des russischen Beamten wird der Korridor den Kaukasus, die Häfen an der Nordküste des Schwarzen Meeres und die Industriezentren der von Russland besetzten Gebiete Donetsk und Lugansk verbinden. BBC-Sicherheitskorrespondent Frank Gartner berichtet, dass es vier Hauptgründe gibt, warum der russische Führer Wladimir Putin Mariupol so sehr will, und stellt den fraglichen Korridor an erster Stelle. 1. Sicherung eines Landkorridors zwischen der Krim und dem Donbass. Geografisch nimmt die Stadt Mariupol ein kleines Gebiet auf der Karte ein. Aber sie stellt den russischen Streitkräften im Weg, die von der Halbinsel Krim aus mobilisieren. Diese Kräfte wollen nach Nordosten vordringen, um prorussische Separatisten in der Donbass-Region in der Ostukrain anzugreifen. General Richard Behrens, ehemaliger Kommandeur des britischen Joint Forces Command, sagt, die Eroberung von Mariupol sei für Russlands Kriegsanstrengungen von entscheidender Bedeutung. Wenn die Russen das Gefühl haben, diesen Krieg erfolgreich beendet zu haben, werden sie eine Landbrücke von Russland zur Krim fertiggestellt haben, und sie werden dies als eine große strategische Errungenschaft betrachten. Wenn Mariupol erobert wird, hat Russland auch die volle Kontrolle über mehr als 80 Prozent der ukrainischen Schwarzmeerküste erlangt, den Seehandel abgeschnitten und es weiter von der Welt isoliert. Die Ukrainer, die die Stadt verteidigen, haben es geschafft, eine große Anzahl russischer Soldaten zu beschäftigen, indem sie den vorrückenden Streitkräften in den letzten drei Wochen Widerstand geleistet haben. Russische Kommandeure konnten die Stadt nicht schnell erobern und wandten sich einer Version des 21. Jahrhunderts der alten Belagerungstaktik zu. Sie überschütteten Mariupol mit Artillerie, Raketen und Flugkörpern. Mehr als 90 Prozent der Stadt wurden beschädigt. Sie sperren auch den Zugang zu Strom, Heizung, sauberem Wasser, Nahrung und medizinischer Versorgung. Sie haben eine von Menschen verursachte humanitäre Katastrophe geschaffen. Moskau beschuldigt die Ukraine, sich bis zum 21. März um 5 Uhr nicht ergeben zu haben. Ein ukrainischer Gesetzgeber beschuldigte Russland, durch Aushungern versucht zu haben, Mariupol einzunehmen. Die Ukraine versprach, die Stadt bis zum letzten Soldaten zu verteidigen. Das mag tatsächlich so sein. Russische Truppen rücken langsam in Richtung Zentrum vor. Ohne tragfähige Friedensverträge wird Russland wahrscheinlich seine Bombardierung intensivieren und fast keinen Unterschied zwischen den Streitkräften machen, die die Stadt verteidigen, und der Zivilbevölkerung, die immer noch über 200.000 zählt. Wenn Russland die Kontrolle über Mariupol übernimmt, kann es seine fast 6.000 Soldaten, die in taktischen Gruppen von 1.000 Mann Bataillone organisiert sind, einsetzen, um andere russische Fronten rund um die Ukraine zu stärken. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo sie wieder eingesetzt werden könnten, vor Rücken nach Nordosten, um ukrainische Truppen einzukreisen, die in der Donbass-Region gegen kremlfreundliche Separatisten kämpfen. Weiter geht es nach Westen in Richtung Odessa, dem letzten Tor der Ukraine zum Schwarzen Meer. Fahrt nach Nordwesten in Richtung der Stadt Denipro. 2. Absturz der ukrainischen Wirtschaft Mariupol ist seit langem eine strategisch wichtige Hafenstadt am Asowschen Meer, einem Teil des Schwarzen Meeres. Es ist der größte Hafen in der Region Asowsches Meer mit seinen tiefen Piers und verfügt über eine wichtige Eisen- und Stahlfabrik. In normalen Zeiten ist Mariupol das wichtigste Exportzentrum der Ukraine für Stahl, Kohle und Mais zu Kunden im Nahen Osten und darüber hinaus. Seit Moskau 2014 die Krim annektierte, ist Mariupol zwischen russischen Streitkräften auf der Halbinsel und kremlfreundlichen Separatisten in den selbsternannten Republiken Donetsk und Luhansk geraten. Der Verlust von Mariupol wird ein schwerer Schlag für die Überreste der ukrainischen Wirtschaft sein. 3. Gelegenheit zur Propaganda. Mariupol ist die Heimat einer ukrainischen Miliz namens Bataillon Aso, benannt Asowschen Meer, das die Stadt mit dem Rest des Schwarzen Meeres verbindet. Das Aso-Bataillon beherbergt Rechtsextremisten, darunter Neonazis. Obwohl sie nur einen winzigen Bruchteil der kriegführenden Streitkräfte der Ukraine ausmachten, erwies sich dies als nützliches Propagandamaterial für Moskau und gab dem russischen Volk einen Vorwand, um zu sagen, dass die Jugendlichen, die sie in die Ukraine geschickt hatten, dort waren, um ihre Nachbarn vor den Neonazis zu retten. Wenn es Russland gelingt, eine beträchtliche Anzahl von Kämpfern des Asowschen Bataillons Leben zu nehmen, werden sie in den staatlich kontrollierten russischen Medien als Teil eines andauernden Informationskrieges zur Diskreditierung der Ukraine und ihrer Regierung umfassend behandelt. 4. Enormer Moralschub Russlands Eroberung von Mariupol wird für beide Seiten in diesem Krieg von psychologischer Bedeutung sein. Ein russischer Sieg in Mariupol wird es dem Kreml ermöglichen, der Öffentlichkeit durch staatlich kontrollierte Medien zu zeigen, dass Russland seine Ziele erreicht hat und Fortschritte macht. Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin scheint dieser Krieg persönlich zu sein, und all dies hat historische Bedeutung. Putin sieht die Schwarzmeerküste der Ukraine als Novorossia, Neurussland, russisches Territorium, das auf das russische Reich im 18. Jahrhundert zurückgeht. Putin will dieses Konzept als Rettung der Russen vor der Verfolgung einer pro-westlichen Regierung in Kiew, wiederbeleben. Mariupol steht diesem Ziel derzeit noch im Wege. Aber für die Ukrainer wäre der Verlust von Mariupol nicht nur militärlich ein schwerer Schlag, sondern auch für die Moral der Männer und Frauen, die vor Ort kämpfen und ihr Land verteidigen. Sollten die Russen es einnehmen, wäre Mariupol die erste größere Stadt, die nach dem strategisch viel weniger wichtigen Cherson unter ihre Kontrolle gebracht würde. Ein weiterer Aspekt der Moral ist die Abschreckung. Mariupol leistete großen Widerstand. Aber er hatte einen hohen Preis. Die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Es wird zusammen mit Grozny und Aleppo in die Geschichte eingehen, die Russland schließlich bombardierte, zur Kapitulation umzwang und zerstörte. Von hier aus ist die Botschaft an andere ukrainische Städte klar. Wenn sie sich wie Mariupol für den Widerstand entscheiden, werden sie dasselbe Schicksal erleiden. Die Russen konnten Mariupol nicht betreten, sagt der britische General Richard Bernds.